Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 23. September 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 891. Heute mit den folgenden Themen. Passwörter, Anpass, Oppo, Disney Plus, Blue und Rückzug aus Europa. Parallel läuft gerade hier der junge Herr Elon Musk, der ein bisschen was erzählt über den Battery Day. Deshalb werde ich die Themen, die da vorgekommen sind, heute nicht reinnehmen. Das werde ich, wenn es etwas Passendes gehabt hat, dann morgen reinnehmen. Ich starte gleich mit dem Thema der Passwörter. Ihr kennt das eventuell. Wir haben zumindest zahlreiche Rückmeldungen, Screenshots und Fragen von euch, liebe Hörer, aber auch Leser im Blog erhalten zu den unsicheren und komprimentierten Passwörtern. Und der iOS 14 plötzlich blinkt da bei den Einstellungen ein Eins auf, wo manchmal Passwörter, Updates und solche Geschichten da mit drin sind. Aber nee, neu unter Menü den Punkt Passwörter mit Touch-ID oder Face-ID freigeben oder den Passcode, den PIN-Code, den man hat. Und schon bekommt man eine Liste angezeigt mit eben komprimitierten oder unsicheren Passwörtern. Unsicher kann sein, weil ihr einfach zu doof wartend 1, 2, 3, 4 oder Passwort genutzt habt, wie leider so viele. Und das möglichst bei ganz vielen Diensten. Wir hatten so der Rekord bei den ganzen Screenshots lag bei über 130 mal das gleiche verwendete Passwort. Das ist ja wirklich fahrlässig. Entschuldigung an der Stelle. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das ist wirklich fahrlässig. Das andere ist komprimitierte Passwörter. Facebook, Google, Twitter, was auch immer. Wenn der irgendein Dienst wurde gehackt, heisst Passwörter und die Benutzernamen wurden übernommen und landeten in irgendwelchen lustigen Hacker-Datenbanken, dann sollte man, wenn man den Bescheid dazu bekommt, möglichst rasch die Passwörter ändern. Deshalb unbedingt die TikTok Daily regelmässig hören. Wenn sowas passiert, berichten wir. Natürlich, sofern wir es mitbekommen, jeweils zeitnah dann in einer der kommenden Folgen. Ja, eben. Wenn das passiert, schnell Passwörter ändern. Meine Tipps sind da auch teilweise Mail-Adressen, die dahinter liegen, vielleicht ändern, das Passwort der Mail-Adresse ändern. Zusätzlich vielleicht eben auch mal halt auf einen Passwort-Manager setzen, mal ein starkes Passwort generieren lassen, wo es geht. Zwei-Faktor-Identifizierung nutzen, etc. All das steht in ein paar Tipps zusammengetippt. Ja, Link wie immer in den Shownotes des Podcatchers oder auf daily.geektalk.ch. Ja, und wenn wir schon beim Thema der Passwort-Manager sind, es muss nicht immer One Password sein, es kann auch mal Anpass sein. Anpass lässt sich monatlich oder jährlich bezahlen, kann man aber jetzt auch in der Lifetime haben und das sehr, sehr günstig. Schaut euch aber die Bedingungen an, warum es so günstig ist und wenn das für euch passt, schlag zu. Ich glaube für irgendwie etwas um die 22 Euro kann man da zuschlagen. Dann möchte ich noch nachträglich gratulieren und zwar Oppo, so dem jungen Startup, was wir im letzten Jahr kennengelernt haben. Scherz am Rande, die Firma ist schon deutlich älter und hat auch schon einiges an Produkten gemacht, bevor sie Smartphones und Uhren, smarte Uhren gemacht hat. Was das genau alles ist, könnt ihr in einem kleinen Video anschauen. Nochmals herzliche Gratulation an der Stelle. Dann gibt es Neuigkeiten zu Disney+. Dem Streaming-Service von Disney, den kann man jetzt auf dem Nest Hub von Google anschauen. Aber wichtiger Hinweis an der Stelle, das Ganze funktioniert nur beim Nest Hub Max. Warum das nur beim Großen funktioniert, keine Ahnung, schade auf jeden Fall. Netflix kann ich auch auf meinem Kleinen zum Beispiel schauen. Dann gab es grosse Neuigkeiten von der Swisscom, dem grössten Schweizer Provider. Da wird nämlich alles blue, ein blue da ba die da ba die. Ihr wisst was ich meine. Die benennen ihren kompletten Katalog um. Zum einen das Swisscom TV, zum einen Teleclub und zum anderen Kitak, die Kinos, die man so hat hier in der Schweiz. Also ein paar davon zumindest, die gehören, wie einige, wie ich verdutzt feststellen musste, nicht wussten auch der Swisscom. Aber rollen wir das doch mal von Anfang an auf. Auf das ganze Fernsehangebot, was neu, früher irgendwie mal Bluewind TV hieß, dann Swisscom TV. Das heisst ab sofort Blue TV. Die Swisscom Box wird das ausliefern. Zusätzlich gibt es auf Smart TVs wie Samsung und LG Apps, die da drauf kommen, wie man es von Apple her kennt und von Netflix und von Amazon etc. Und das Ganze soll auch auf fremde Boxen kommen, wie zum Beispiel die von der UPC TV. Da kommt die App auch drauf und somit kann man den Dienst dann auch da nutzen. Man kann es irgendwie abonnieren. Fernsehen interessiert mich nicht. Irgendwie glaube ich um 10 Währungseinheiten. 30 Stunden Replay, 60 Stunden Aufnahmekapazität für 10 Währungseinheiten. Dann gibt es Blue Plus, das Ganze ist das alte oder das bekannte Teleclub-Angebot. Dokumentationen, Filme etc. Kommt man da für einen gewissen Obolus pro Monat dazu gekauft. Dann gibt es Blue Sport, interessiert mich noch wenige. Gibt es Blue Max, dann gibt es noch Blue Doku. Und es ist alles ein bisschen Blue. Genauso Blue oder Blau wurden auch die Kinos. Damit man eben besser merkt, dass die Kittak-Kinos zu der Swisscom gehören, heissen die jetzt Blue Cinema. Dann fällt es vielleicht dem einen oder anderen wie Schuppen von den Augen. Das Ganze läuft über Blue.ch, dem neuen Portal. Und die News-Plattform, die vorher BlueWin.ch hieß, die heisst jetzt Blue News, also BlueNews.ch. Alles blau, wie gesagt. Man kann darüber auch Amazon Prime Video sich zu Gemüte führen. Wer sich da genauer interessiert, sollte sich bei Swisscom mal vorbeiklicken oder auf Blue.ch. Ihr wisst, was ich meine. Gestern hat es gross die Runde gemacht. Facebook will weder mal Ärger machen und oder sich nicht mehr ärgern lassen. Anscheinend ist die EU böse zu Facebook. Sie will zu viel, was sie nicht möchten oder zu schnell und was auch immer. Ja, mal schauen. Facebook hat gedroht, den Rückzug anzutreten und das europäische Festland zu verlassen. Ich würde sagen, mach doch das, aber in der Schweiz dürft ihr bleiben. Oder zumindest Instagram. Ja. Und WhatsApp. Es gibt Menschen, die kommunizieren gern darüber. Aber ja, mal schauen, wie das weitergeht. Dann habe ich nur noch zwei kleine interne quasi Hinweise. Auf dem lebensmart.ch-blog ist endlich online gegangen. Mein Übersichtsbeitrag zu den Acara-Gadgets, die Hörer vom Geek Talk, des grossen News-Formates, mögen Sie sich eventuell erinnern. Der Achim hat sich von mir anstecken lassen und sich dann ein paar Sensoren gekauft. Mein Sammelbeitrag ist online. Die einzelnen Testberichte kommen noch und dazu auch ein Video. Link dazu, wie immer, in den Shownotes oder im Podcatcher. Und gestern ist noch mein Video zu den Developed Magic 2 Wi-Fi Next Adapter rausgefallen. Kleines Unboxing und Einstecken und es funktioniert Video. Wer mag, gerne reinklicken und schauen. In dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Hört mir Podcast, habt viel Spass, seid erfolgreich. Und genau, werdet nicht zu blau. In diesem Sinne, bis nach morgen. Bis zum Morgen, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.